Ich bin W.D. Noradini, bin 25 Jahre alt und ich habe die Weiterbildung zum Handelsfachwirt abgeschlossen. Ich habe eine Weiterbildung absolviert, weil ich mich halt persönlich weiterbilden wollte und auch beruflich weiterbilden wollte. Ich habe die Weiterbildung Dezember 2014 abgeschlossen. Beruflich hat es mir sehr viel gebracht, weil ich bin selber an der Führungsebene und ich kann mich halt sehr viel engagieren, sehr viel meinen Beitrag dazu beibringen, weil ich das halt hier alles gelernt habe. Und also persönlich hat es mir sehr viel gebracht, weil ich hatte letztens einen Fall, einen rechtlichen Fall. Und genau das Thema habe ich hier gelernt und dann konnte ich das halt ohne Anwalt lernen. Ich bin zum Anbieter Karriere in Moor gegangen, hier in Hanau. Und warum ich mich dafür entschieden habe, ist, weil während meiner Ausbildungszeit, also ich habe Kaufmann gelernt, war der Chef der Firma quasi von Karriere in Moor, war ein Dozent von uns. Wir hatten halt immer internen Unterricht und es hat mir so super gefallen, wie er das gemacht hat, wie locker er das gehandelt hat und so alles. Deswegen habe ich mich halt hierfür entschieden. Meine Erwartungen wurden sehr erfüllt, sage ich mal. Also ich bin erst mal sehr pessimistisch dran gegangen, habe mir gedacht, ist das was für mich oder nicht. Aber dann, wie gesagt, halt super. Die haben hier wirklich super Dozenten, die sind immer locker, lockerer Spruch. Und es macht halt einfach Spaß. Die lassen auch niemals einen liegen. Also das heißt, bis der Letzte, der es verstanden hat, erst dann geht es weiter. Deswegen, ich war wirklich sehr zufrieden. Vielen Dank. Und ich weißique holyber 하루 Video, was ich mir so sehr zufrieden. Und ich habe hier viel überネ teu curiosity. Als ob man Felix das출 Feld syndrome geht, gibt es einfach nicht sehr zufrieden.